hallo liebe community ich bin es wieder euer Lyrer heute mit FAG 36 und zwar mit dem DLC von Joseph Seed hier seht ihr die Orte wo sie zu finden sind auf der kompletten map es gibt wieder drei Hauptmissionen das sind die roten hier das sind die kreuze wo man einsammeln muss hier wo wir gerade stehen ist der startpunkt die kirche hier hat es die verstecke unter schlupf gibt es drei stück an der zahl dann gibt es wieder hier offenbarung auch drei stück an der zahl hier die reporter teleporter gibt es auch drei stück an der zahl 1 2 3 und wo sie rauskommen dann gibt es hier wieder die prüfungen auch drei stück an der zahl ja und dann noch acht waffen die gehen wir jetzt mal durch fangen wir hier oben an hier oben das gewehr hier der bogen hier die schrotflinte hier unten granatenwerfer hier die maschinenpistole scharfschützengewehr reinfeuerpistole und maschinengewehr ja das war die ganze map probiert es aus macht was draus euer Lyrer ciao hier